um jona 2 2 1 2 Punkt oder und wenn du stehst bringt auch kein Schaden ich bin in der Zeit Koppel abbaust aber auch mal her ich habe mich noch einen Punkt ich hab'n halben ich glaube auch Koppel ab Janik ich baue dann schon mal einen kleinen See aus Koppel damit der aus Koppel mehr also die um Rahmen Fassung aus Koppel aber er soll schön sein ne also das pack ich dann da hinten steht schon wieder ein was wieviel Koppel ich hab ihn gegeben ey guck mal hinten auf der Sandinsel steht ein Zombie ja der steht da schon die ganze Zeit so hier das wäre Jonas gib mal ein Schwert her ich hol mir mal den Zombie da unten nein ich bin ein Jäger auch wenn ich keine Hungerspunkte mehr habe und nur noch drei Herzen ich krieg den geht drauf geht drauf geht drauf geht drauf ich glaube ich gehe mal ein Abseil ich bin neun doch von den Jungen ohne Seil ja ich probiere es mal aus ich kann mir kein Zeil leisten also Jonas hau mal den Turbo rein Oh ja. Perfekt abgeseilt. Ohne Spinne. Ah, meine Leib gericht. Da ist doch nur einer. Oh, da streckt die mir eiskalten Arsch zu. Alter, was denkst du eigentlich, was du bist? Was Besseres. Ey, ich hab bald sogar Wolle. Oh ja, Labernet. Nee, oder? Was? Ey, dein super Cobblestone-Generator. Super. Warum? Vor allem von einer... Ich steh hier drüben, baue den da ab, wo du grad draufstehst. Ja. Da kommt ein Item, kommt noch ein Item, dann kommt ein Block und drück den ganzen Schmodder in die Lava rein. Oh, ein Skelett, ein Skelett. Wo? Ja, lass es einfach herkommen und dann mach's fertig. Ja, ich zieh es ein bisschen auf unsere Plattform. Auf, komm rein. Ey. Ja, Janik, hier krieg ich die Items. Soll doch herkommen. Aber. Janik, nein! Ne, da, da ist der Zaun offen. Ey, weiß das, was ich am Ende haben will. Ja, ich hab zwei Kartenpfeile im Kopf. Fuck, ich hab mir im Arm genau am Schwert. Und du hast einen direkt in die Brust bekommen. Was? Baum! Oh, oh. Baum. Doppelbaum. Oh, gleich zwei. Ich mach gleich mal. Woran das wohl liegt. Achso, du hast... Ja, aber wir haben doch noch nicht mal Eizen, ne? Oder sowas, was man düggen könnte. Am Essen. So, mein Freund, ich schreib dir mal ein Mittlauf gegen Blähungen. Ja, so ein paar Schläger auf dem Bauch tun jetzt schlecht. Das war's dran. Na, außerdem, Janik, ich bin jetzt professioneller Monsterjäger. Ich mach das jetzt. Setzling, setzling. Noll ist Schneid. Oh, Janik, setz mal wieder ein Baum. Oder Pflanzen. Ey, 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 wenn man uns ne Schippe macht, können wir Schneebölle machen und kann naraus Schneeblöcke machen. Ja, das haben wir ein bisschen mal gemacht. Also, ey, umgeklaft. Ja, ich hab' auch nichts zu essen. Oh, ich hab' so... Was rotten. Ey, wenn wir Schnee machen? Also, mach' ich stehen. Nee, ich mach' nicht mal. Badoo, weiter, ich kümmere mich um Schnee und um die Monster. Immer aber Steinschaufeln. Da verdreht man ja nicht so viel Holz. Boah, entweder bin ich zu scheiß für die Aufgabe hier, oder das Zeug verbrennt absichtlich. Auf deiner Seite verbrennt kaum was, weil du es aufsaugst. Auch. Du bist mir den Weg gelaufen, du bist schuld. Ja, ich weiß. Ich bin immer schuld. Oh, jetzt kann man die Viecher sogar mit Schneebellen abwerfen. Bringt aber nix. So, sie will wieder in Zweikampf. Aha, die Strategie, die nimmst du wieder. Oh, du alte Schlampe. Und du, du kommst jetzt mal her, damit ich deine Items krieg. Backfire. Hey, 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 mal zurück, ich brauch den Schnee. Ich hab mal zwei Treppenstufen an Koppel-Sonnen-Generator gemacht. Fast perfekt. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile unten einen Graf? Nein, noch nicht. Nicht ganz. Alles weiter kommt immer. Alles schneller. Ja, ja. Baum. Ja, weil ich hatte nur drei. Ey, wenn's weiter geht, ist gut. Naja, Mooskele-Ton. Ey, Janik, baust du dann da drüben so eine Art Borna? Ja, kommt Höllenportal hin. Ne, hier. Auf unserer Seite kommt Höllenportal. Ich hab das schon extra in Plattform. Ja, genau, das meinst du. Achso, ne, ich hab da, wo die Sandinsel ist, bauen wir dann in Borna. Ja, ich hab da, wo die Sandinsel ist. Und das sind wir eh eh von da. Wie macht man gleich nochmal eine Stein-Dings? Baufel. Nein, äh, Steindruckplatte, der Brasse gebrannten Stein, ne? Mhm. Hier drei. Ja, der Ofenmann haben wir auch eine Challenge. Ja, das hat Gott wirklich gesagt. Wart mal, mach das Stebänder an Menschen schaden. Ich glaub auch nicht mehr. Früher ging das mal. Und da ja auch. Oh, jetzt ist wieder Tag. Und es schneit. Ey, wir müssen hier oben mal die Plattform erweitern, damit wir... Ey, gib mal Koppeln, dann machen wir ja mal. Ja, ey, ich mach zurzeit keinen Koppeln. Ey. Als Schneebälle. Ähm, wenn du einen Baum hinsetzt, außenrum alles hochbaust, einen Turm, dass der nur eins frei hat zu wachsen, das kann sogar 50 hochmachen, dann kriegst du, dann bekommt er 50 Holzstämme und macht oben eine kleine Krone drauf. Äh, äh. Doch. Ich hab letztes Mal... Ich hab letztes Mal probiert, einen Holzgenerator zu bauen, mit Nachpflanzen halt. Und da hab ich den Baum so eingepflanzt, dass kein, äh... Fuck, 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 meine D-Taste klemmt. Nein! Ich schlag dich, dass du nicht runterspringst. So. Noch zu viel Flüssigkeit drinnen da. Ein bisschen. Ja, das war der Apple. Nee, das war eher das untere Teil. Wow. So, brauche irgendjemanden Rottenfleisch? Die haben nicht viele Punkte. Noch ein halb. Gut, dann stelle ich mal an die Cobblestone-Maschine und ess mal was. Ja. Da können wir doch gleich den schwarzen Bildschirm zeigen. Ja, er muss auch mal Koppel machen. Also ich mach das sehr gern mit meinem Freund hier. Also wir machen das schon sehr gern. Nein, wir machen das sehr gern. Ja, und deine Familie. Nein, wir. Ja, deine Familie. Stau... Und die Stauens. Stauens. Die Rolling Stones. Ihr müsst immer ein bisschen Koppel für Werkzeuge in der Truhe lassen. Sieben, sechs, fünf, vier, 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 vier. Ihr müsst immer ein bisschen Koppel in der Truhe lassen für Werkzeuge. Und immer ein bisschen Holz für Notfall. Vor allem hätte ich die zwei Spitzhacken da lassen sollen. Ey, Brian. Achso, mach dir mal ein bisschen Koppel. Ich mach jetzt erst mal Schnee, solange wir es haben. Schnee, nicht zu vergessen, eine extrem schnell nachwachsende Ressource. Wer schneet. Wenn nicht einfach. Wie war der Befehl? Tugel Downfall? Ja. Tugel Downfall. Für welche wie mich, die schlecht schreiben können. Oder gar nicht schreiben können. Mach da mal Koppel. Au. Ah, was soll denn das? Mach da mal Koppel. Ah, das war wie von hinten. Oh. Let's sing. Oh ja. Bauen wir jetzt gerade die Insel ab. Ja, mal die Erde. Wenn der Koppel mal koppelt. Ja. Also Gras haben wir jetzt unten, oder? Deswegen. Oh. Oh.